Die Entertainment News im Gala Ticker Christina Luft zeigt ihren wachsenden Babybauch plus 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 Vanessa Mai erlebt unangenehmen Moment bei Dali Dali Die große Weihnachtsshow plus 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 Dagmar Wörl verbringt Weihnachten auf Sri Lanka Entertainment News 2023 Alle News und Entwicklungen im Gala Ticker 23. Dezember 2023 Christina Luft teilt neue Aufnahme mit Babybauch Am Donnerstag, 21. Dezember 2023 gaben Christina Luft, 33, und Luca Henni 28. Die tollen Neuigkeiten bekannt Sie werden zum ersten Mal Eltern Zu drei verliebten Aufnahmen, auf denen die Profitänzerin ihren Babybauch gekonnt in Szene setzte, schrieb das Paar Babyloading und drei vielsagende Emojis Zwei Tage später lässt Christina Luft ihre Fans erneut an ihrem größten Glück teilhaben und teilt ein weiteres Foto von sich, auf dem sie ihre wachsende Kugel liebevoll streichelt Wir hatten einen Traum, du warst es Wir haben uns etwas gewünscht und du wurdest wahr Schreibt der Let's Dance Star zu der wunderschönen Schwarz-Weiß-Aufnahme Luca Henni teilt das jüngste Posting seiner Ehefrau ebenfalls in seiner Instagram-Story und verfasst rührende Zeilen Meine zwei Ich freue mich schon riesig auf diesen neuen Lebensabschnitt 20. Dezember 2023 Dali Dali Die Weihnachtsshow Verbaler Dünnpfiff Vanessa Mai redet sich um Kopf und Kragen Das war wohl der buchstäbliche Griff ins Klo In der Weihnachtsausgabe der ZDF-Kultshow Dali Dali tritt Vanessa Mai 31. Mit anderen Prominenten wie die Bergretter Star Sebastian Ströbel, 46, Moderator Tobias Krell, 37, und Journalistin Dunja Hayali, 49, im pfiffigen Spielwettkampf in zwei Teams gegeneinander an Unter strenger Aufsicht des Gastgebers Johannes B. Kerner, 59, und den Jurymitgliedern, Skilegende Christian Neureuter, 74, und seiner Schwiegertochter Miriam Neureuter, 33, müssen die konkurrierenden Duos in einer Runde Fragen beantworten Und dabei hat Sängerin Vanessa offenkundig einen Aussetzer Den sie im Anschluss bitter bereut Gemeinsam mit Quizpartner Sebastian Ströbel muss sie in Sekundenschnelle überlegen, was ihr durch den Kopf gehen würde, wenn sie die Polizei nach der Weihnachtsfeier anhalten würde Ihr Rate Buddy antwortet prompt Oh Mist, ich habe etwas getrunken Unter offensichtlich gehirnvernebelndem Druck schießt Vanessa nach Oh Mist, ich habe Durchfall Ups Just im selben Moment aktiviert sich bei der Musikerin der innere Schammechanismus Sie schlägt sich gegen den Kopf Zu spät Der verbale Dünnpfiff hat sich seinen Weg gebahnt Noch nach dem Spiel kann der Schlagerstar seine kleine Peinlichkeit offenbar nicht begreifen Wie konnte ich nur so etwas sagen? Fragt sich die 31-Jährige selbst ungläubig Manchmal muss eben alles einmal raus 19. Dezember, 2023. Dagmar Wörl Sie verbringt Weihnachten ohne ihren Ehemann auf Sri Lanka Wird es ein einsames Weihnachtsfest für Höhe der Löwenstaat Dagmar Wörl, 69? Wie die Bild-Zeitung berichtet Ist die Politikerin bereits am 18. Dezember von München aus nach Colombo auf Sri Lanka geflogen Dort wird sie die diesjährigen Feiertage verbringen Ihr Ehemann Hans Rudolf Wörl, 76, hingegen soll in Deutschland geblieben sein Allein wird Dagmar Wörl auf Sri Lanka aber nicht sein Im Gepäck hat die Unternehmerin unter anderem neun Koffer voller Geschenke Der Hintergrund? Wörl wird auf der Insel benachteiligten Kindern helfen Ich fliege für fünf Wochen nach Sri Lanka Wo wir als Familie bereits seit Jahrzehnten für Kinder und Jugendliche in Not aktiv sind, aber auch Projekte zum Schutz von Elefanten und der unter ihnen leidenden Dorfbewohnern unterstützen, erklärt sie gegenüber Bild vor ihrer Abreise am Flughafen Die Stiftung des Höhle der Löwenstaat trägt den Namen ihres verstorbenen Sohnes Emanuel Wörl Stiftung Dagmar Wörl und ihr Ehemann mussten den Tod ihres damals zwölfjährigen Sohnes verkraften Der 2001 nach einem Sturz vom Dach seines Elternhauses in Nürnberg starb Emanuel ist immer bei mir Aber über den Tod seines geliebten Kindes kommt man nie hinweg Es gibt Momente, da zieht es einen stark runter, gesteht Dagmar Wörl heute Die Insel Sri Lanka sei ein Glücksort für Familie Wörl Unsere Söhne haben einen Großteil ihrer Kindheit dort verbracht Wir sind früher immer nach Sri Lanka in die Ferien gereist, längst vor dem Tsunami Klammer Punkt 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 Klammer Die Kinder waren immer mit dabei Wörls Ehemann Hans Rudolf wird die Feiertage mit seinen fünf Enkelkindern in Nürnberg verbringen Er kommt aber nach und bleibt zwei Wochen mit mir in Sri Lanka, verkündet die 69-Jährige abschließend Wir sindigger, die Kinder waren in der Ferien Leon Seele, die Untertitelung des ZDF, 2020